Bald ist es soweit, bald ist der 4. März. Puzzart natürlich an der Fasnacht mit dabei in Dornach mit einem VIP-Stand. Hier davor hat es mit drei Bacht. Eine Käseweihe. Danke vielmals. Natürlich gibt es auch noch Wein, gell Sandra? Selbstverständlich, Wein mit Käseweihe natürlich, logisch. Danke vielmals schon mal, dass wir den Genuss kommen, eure feinen Käseweihe. Der Wein ist natürlich von unserem Chef. Dornach ein Wein, anderes Wein. Ja. Es lohnt sich. Also, Fasnacht-Fettig los. Okay, das ist der Vorführeffekt. Moment, Moment. Jawohl. Nummer drei. Ja, nicht. Ja, nicht. Na das war ich. Immer wieder. Was von der Folge, dass wir uns in der Folge noch mal zusammenkomme, die wir mit den Träumen gesehen haben, wie im Nachfolgerhagen, war, dass wir in einem neuen Träumen, die wir heute noch nicht erfahren haben. Wir haben eine Herrschung mit ihm in den 25 Jahren gesehen. Wir machen die Verwärts.